Hi Hi Tschüss Tschüss das war's mit dem PAD Auf Wiedersehen Und Ciao Hast du grad meinen Verabschieden nachgehefft? Hast du grad nachgehefft? Hast du grad nachgehefft? Nicht zu echt sie kann ich jetzt weg Nein Wunderschön Wunderschönste Mensch der Welt Ohne Cap siehst du hässlos aus Hast du noch Hunger? So Das kommt bestimmt mal mit der Zeit Dann schau ich einfach Du wirst das schon sehen So ich hoffe euch geht's gut Wir kommen jetzt zurück zum neuen Part von Mario Maker Super 2 Hehehe Das ist Mario Maker Super 2 Und hier werden wir jetzt In Ich dachte wir wurden ganz Kosovo Transportiert worden werden Transportiert worden werden Money Money Give me money money in the hood Ja da ist er Da ist dieser komische Stachel Heini Der ähm Aber mach einfach die normalen Hauptaufträge Dann geht's weiter Aber was ist da unten? Zurück! Zurück! Der war was Eine Stange Ein List Ja ein Licht Da geht ein Licht auf Ne doch nicht So So Leute benutzt es als Hundehütte Der Hund Machen wir einfach weiter Und zwar mit dem Nachtflug in der Clownkutze Viel Spaß Hast du ein Eis schon aufgefordert Er muss das bei ihr nachhalten Wo ist die Pause besiegen? Echt? Oh wie? Das ist Galaxy Style Geil ne? Oh das ist so ähm Hast du auch grad gehört? Ja Das war das Alter Oder Eine Muuu Sie schauen nicht auf deine Videos oder? Äh doch Nein ist das Zum Teil nur Zum Teil zum Teil nein Mh Zum Teil ist genau das Weil es wird den Soundtrack so geil Von dem Spiel Oh das ist halt Oh ne also das ist Galaxies Weiß Das Spiel das Ist so krass Da 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 Are you bullying me? Na warte mal Warum stand da wieder wie am Anfang zu stehen Ja weil das doch wie Musik ist im Hintergrund Das ist ein Galaxy Level du Hörnie Das sieht man aber gar nicht Die Chef Plattform Ja Der Ding ist so schlecht positioniert Sag doch was Besserer Herr Ja Der Herr Weißt du an sagt dass er irgendwas sagt dass hier irgendwas heiße ist Das sagen sieht man nicht L Mie Fellows Oh Du 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 Ha 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 năm Wenn du auf Hr2 drücken würd du Wenn du keinen Bodenunto unter deinen Füßen hast R Ist so.? Welche Taste ist das? R2 und L2 Schau mal L2, R2, L2, L2 Also meinst du die Taste? Danke Jetzt hast du die mal abbekommen, oder? Alter, was macht das Ding von Kacko? Hallo, das weint ja förmlich hier Ja, eigentlich das weiß von Kacken, aber Nee, das ist Aßwasser hier Feißes Aßwasser Aber ich mag dieses Game Allein den Soundtrack hat, dass die am Anfang die Lexis war Weil ich finde, das macht MAUMAKER 2 wirklich so ein sehr geiles Spiel Weil da ist mehr oder weniger alles verbot Ach du Oh, du hast nur noch 80 Sekunden, ne? Nein, 100 Oh, are you bullying me? Aufladen, aufladen Wir müssen nur dreimal hinten damit Noch einmal Noch einmal Dann nicht die Kanone gleich weg Wie oft denn noch, Alter? Du älgst gerade Der Pendel ist perfect weil du jetzt wegen der Zeit verreichst ne sagt das aus oh enkli oh wieviel Leben hatte der Typ ein paar ich muss ihn zehnmal mit der aufkladen treffen ich mach noch ein ich glaub das ist ein Jahr der unbezahlte Praktikant will SPIELEN SPIELEN ZOCKEN ganz genau oh das ist von Gärtnerinnen tut immer schön die Melonen weit einpflanzen und die Gurken so oh ja ich mag den 2D World Style S gern ich feier den wirklich feier mhm ha galm mhm 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 sieht krass aus ne was für das noch gar nicht gesehene Spaß ich weiß es gab es einfach so nein mhm 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 tg 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 boi krasse Tatsache seit wann kann man nicht mehr doppelt so doppelt jetzt weiß ich nicht was du meinst und nicht mehr doppelt mhm mhm tg tga tg 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 ja es sind nie sie haben ihn ich weiß nicht mit der Fall mit dem einen Konto zumal ist es hat sie abonniert nein die kanal hat man abonniert ich werde mit haben ich habe es geschafft und geil was du geschafft ist so dumm wie es anzustellen das ist der vollgas geschafft in der tat jetzt darfst du nur wieder spielen ah nee du darfst gerne noch eine runde spielen weil ich mich gerade was ganz geile ist man merkt ja aber alle mit ein hauch von sarkasmus selber so ein sack gesicht kosmos das ist was hier so dass nämlich die geile supermaumaker 2 seite hier in meine nicht schlecht und da hier über dies von daher kann man einfach einsenden geil gemacht halt doch Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Woah, Speed. Are you bullying me? Oh, die Sprecher. Oh, die Sprecher. Das ist aber sehr krass. Gerne. Dann wieder die Cap aufsetzen. Nein. Ist ja besser aus mit Cap. Ich hab noch spitze. Setz die Cap. Warte. Jetzt schon, ja. Gut. Nein, zieh sie auf. Nein, aber nicht so. Okay. Ich setze sie sogar auf sich. Immer schön. So muss sie tragen, so. Aber direkt hier so. Oh nein. Oh nein. Das ist echt unangenehm. Boah. Boah. Ich in meine Laterne. Ich... Ich geh mit meiner Laterne. Soll ich dir was sagen? Ich hab das Fest nie gefeuert. Nie. Nicht mal wenn ich Kind war. Bist nie an St. Martin mit einer Laterne rumgegangen? Nein. Soll ich dir etwas sagen? Das ist echt von meinem Privatleben. Sag. Ich hab Geburtstag. Ich hab Geburtstag. Am 1. 1. November. Am 11. November. Sag ich's dir. 11. LOL. Am 11. LOL. Aber nicht um 11 Uhr 11, oder? Haha. Mhm. Aber LOL. Und da passt nicht. Sag mal. Ah LOL. Okay. Soll ich dachte, das ist so ein Pilz? Ja. Hast du doch alles gehause mit dem Pilz? Hättest du mal Laternen festgefeiert? Dann würdest du das merken? Das heißt, wättest du dein Geburtstag an Laternen sanken? Nein. 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 Hilf mir. So. Ja, Leute. Fahrt. Ihr sagt mal ein bisschen ab, damit meine Kommi ist nicht so zu interessieren. Mario Kart. Äh. Deluxe. Turniere. What? The hack is going on. Der linke Arm wird taub. Oh fuck, das ist rechts. Mein linke Arm wird taub. Ah. Wieso fehlt denn? Der linke Arm wird taub. Wenn man einen Herzinfarkt hat, wird der linke Arm taub. Das lernt man, wenn man bei der Feuerwehr ist. Bist du bei der Feuerwehr? Ja. Ohne das Heiß? Ja. Wär besser. Meiser. Du hast gefragt, ich hab geantwortet. Okay, selbst ins Knie getausen. So. Ah. Danke, Mann. Wooo. Danke, Mann. Wuh. Ja, Mann. Ja, Mann. Woh. Und dann hab ich gute Reflexe. ich gehe ich bin so lehrt und ich gehe eigentlich so langsam gerade wird hier irgendwas im hintergrund stream auch nicht das macht mir gerade alles ist ja da darf sie aber nicht man sieht einfach gar nichts ich hasse level auch im dunkeln ich habe eben so eine phobie zum beispiel brauche ich immer nicht beim schlafen sie wollen mich verarschen oder willst du jetzt eigentlich wieder oder nein ich habe hier fall richtig zu tun ich bin mal wieder ein level jetzt übernimmt der pro mal wieder hier dann spiele dann spiel ich weiß wenn der pro weiter spiel ha 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 das ist das sieht scheiße aus dass das gute wieso der westfliegel ist fertig 62 prozent wildes wolkenröpfe nicht erst mal davor schauen ob du was bauen kannst wir bauen doch gerade das ostflügel die kanone ok oh ja wir machen jetzt hier mal das tiefste ne machen wir machen wir machen eins jetzt klingelt es hier das heißt du spielst doch und ich musste klingeln haben wir wollen sie aus klingeln rhein bei rhein 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 Oh fuck! Ich war ganz knapp dran. 40 München einsammeln, das geht nicht. Puff! 200 Münzen gab es für dieses Level. Ich kann mich nicht beschweren. Ich spiele ganz viele Level. Ganz viele Level bevor er kommt. Bevor er wieder kommt. Das ist nicht gut. Ich kann mich nicht beschweren. Das erinnert mich auch an diese alten Super Mario Bros Level. Der will mich verarschen. Das ist so großartig. Das ist eine nervige Fliege neben mir. Ich glaube, sie wird bald sterben. Das ist gut. Das ist hochzulässig. Das ist hochzulässig. Das ist hochzulässig. Wie ist das hochzulässig? holly Ich glaube ich weiß, wie man es will. Ein Leben nur noch. Ups. Okay. 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 Oh yeah. Okay. 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 Das ist noch ein Moment. Das ist noch ein Moment. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020